hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd-Nacht-Ding und heute habe ich das spiel Dragon Storm Fantasy ich habe das vor kurzem schon mal gespielt aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was das war also da muss ich glaube ich die Stadt aufbauen und ach ja so ein Spiel was ich eigentlich nicht so mag aber komm wir spielen das mal schnell durch naja tue ich nicht aber spiel mal schnell die zehn Minuten damit ich das Ticket kriege auf die Hoffnung dass ich endlich die Drohne kriege für meine Frau ein Headset habe ich ja schon gewonnen und ein Gamer WLAN Router der ist allerdings noch nicht angekommen der müsste glaube ich jetzt die Woche oder nächste Woche ankommen hat ja letztens auch zwei Wochen gedauert daher mal schauen ich habe gerade noch ein bisschen Clash of Clans gespielt deswegen ist das da oben noch an Sound ist drinne gut ich habe gerade noch hier Tickets geholt nice 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 ist das schon so lange her wo ich das gespielt habe dass das so lange dauert mit den Updates kann ich die F11 benutzen kann ich auch benutzen dann das war noch Vollbild drinne ich verstehe das auch nicht bei manchen spielen geht das bei manchen nicht naja ich müsste den anderen Cursor nehmen nicht den grünen das kann man doch hier langsam anfangen oder nicht Ich habe noch gar nicht geschlafen. So ein Mist. Ich mache schnell die Runde hier fertig. Die 10 Minuten. Vielleicht sind sie ja jetzt schon gleich fertig. 3 Minuten. Also 7 Minuten noch. Und jetzt nochmal 18 Megabyte. Also ich muss das Spiel ja nicht nochmal runterladen. Also sprich, müsste mein alter Spielstand ja noch drauf sein. Hoffe ich. Wie gesagt, bei manchen Spielen hatte ich das auch gehabt. Ich habe gespielt. Und am nächsten Tag war das Spielstand weg. Das ist dann ärgerlich. Da war sich so angestrengt, um so weit zu kommen. Und dann ist wieder alles weg. Dann macht man da nichts. Man könnte vielleicht doch anrufen. Aber für so ein Spiel einfach anzurufen. Ach nee. Gleich haben wir schon 5 Minuten rum. Und wir haben immer noch nichts gesehen. 10 Minuten das Bild anschauen ist auch doof. 10 Minuten das Bild anschauen wird. 10 Minuten das Bild schon. 10 Minuten das Bild auch mitgeben. Komm schneller! Level 25 Mein Magier. Meine Mage. Und wieder laden. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ich hab mein Magier. Ich hab sie ganz in der Pferde. Also hier draufdrücken. Oh mein, Frostdrache. Kreisern kämpfen und dann stelle ich auf Deutsch und der fängt wieder von vorne an. Nein. Aber ist ja kein Problem. Dann machen wir heute 10 Minuten Standbild. Also Dragon Storm, habt ihr ja gerade gesehen, das ist so ein Rollenspiel. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es Spaß macht oder dass es schlecht ist. Also die Grafik ist schon relativ gut. Ist halt immer so von schräg oben. So wie Art Diablo. Ja. Kann man schon gut so zu sagen mit Diablo vergleichen würde ich mal sagen. Das hat halt auch eine Story. Und da gibt es ja den Eistrachen, den Magier. Und den Krieger gab es da. Kann man noch gucken. Das ist der Krieger, der Feuertrache. Und die Bogenschütze. Was ist das? Der Naturtrache. Da. Na ja. Und halt den Magier. Den können wir ja. Den habe ich ja. So. Jetzt gehen wir zurück und. Beginnen wieder. Mal wieder. Oh wir sind ja gleich fertig. Kaufen. Nein. Das ist doch schön. Ah Oh Oh das war's For all strength, I command you to reject this sacrilegious creature in front of you. Repel it from this space. Your efforts are futile. I shall return. Magic, its perfect power will come from you. My magic will overcome the demons. Let's go! Super! I will not return . Ok, but I will return. Wunsch. Wunsch. Göttliche Trache des Fruchts. Was ist das? Hm, was war denn da gewesen? Ne? Na, dann nehm ich. Der Drache des Lebens, der Drache des Lichtes, der Drache der Dunkelheit, der Drache des Feuers, der Drache der Zeit, der Drache des Raums. Der Raum sieht cool aus unter der Dunkelheit. Obwohl ich den hier ein bisschen besser finde. Ja. Na ja. Auch nicht. Ne, auch nicht. Na gut. Ich habe jetzt nicht allzu viel gespielt. Ich habe eigentlich nur den einen Drachen besiegt. Und ich mache schnell noch die ganzen Aufwertungen. Und das war es ja dann schon wieder. Ja. Das war es. Also, die Leute, die sich das hier angetan haben. Entschuldigung. War nicht so viel. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. So, wenn wir das weg bestätigen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.